Also Jungs, ich würde M4 nehmen, wenn das geht. Okay. M4 und Deagle geht nicht. Okay, mach ich nur M4 und was geht da sonst noch dazu? Ähm, mit M4 kannst du Shotgun noch machen. Mach ich das. Nee, oder M4 und... Ja, doch, M4 Shotgun. Das ist gut, ja. Oder M4 Rifle. Der Sniper würde ich dir den Heli empfehlen. Was ist genommen? Dann nehme ich einfach die Wild Shotgun ganz normal. Das warst du, Leon, ich habe M4, da kann ich Crash beimachen. Nee, dann am besten eine eigene Ernährung. Was geht denn nicht? Oben rauf springen. Oder oben rauf, oben drauf. Gleich bei. Dann am besten die Spaß geht auch oben rauf, ne? Ja, dann machen wir es so. Ich gehe oben drauf. Und jetzt inken wir, so schnell es geht. Die Sniper? Wer spielt die Sniper? Ey, keiner, glaube ich. Okay, das ist ein bisschen gay. Das ist aber eh Kacke in dem Gebäude, weil du kannst... Ja, genau. Wenn die eh alle unten sind. Hm, die sind ja meistens hier unten, die bleiben ja oben stehen beim Checkpoint, würde ich es mal vermuten. Ja, aber du kannst eh nicht durch die Dinger durchschießen. Ach, du kannst die Dinger nicht durchschießen. Ah, das ist das Parkhaus. Ich habe es mit dem LV verwechselt. Ja, die können auf uns schießen. Wollen wir durchfahren? Ist die Frage. Ja, ich würde mal vermuten, es wäre einfach durchfahren. Es gibt nur einen Eingang, müssen wir rein inken, anders geht es nicht. Wir können ja von beiden Seiten versuchen. Was ist der erste Karte? Vorsicht, 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 Vorsicht. Digga, was ist los? Schieß, schieß, schieß. Ah, die laufen, ich laufe hoch, ich laufe hoch. Geh runter. Fahr vor, fahr vor, fahr vor, fahr vor. Ich laufe hoch. Ah, die sind da vorne? Äh, okay. Was? Ja, ein. Ich kann den Rücken fressen. Die laufen hoch. Ja, die laufen hoch. Welcher Plex? Ich habe gerade keinen Ganshorn mehr gehabt. Oh, ich auch nicht. Nee. Rushen? Ich habe zwei Rifle-Hits. Einer ist noch da. Ich habe drei Rifle-Hits gegeben. Ja, wie er mir drückt, Alter. Hier, rechts. Wo, wo, wo? Ganz oben. Alter, Alter, Alter. Schluckt einfach nicht. Ist es unserer? Nee, das ist nicht unser Mannschaft. Äh, scheiße. Und, schon zu dritt, hier? Ja. Können wir ein bisschen pushen? Von oben? Ja, ja, wir suchen, wir suchen zu pushen, ja. Ja, was? War angekält. Ich habe, ich habe einen geholt. Ja, die sind gleich. Push die, push die, push die. Nice. Wir haben sie. Jetzt ist auch ein Checkpoint. 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 Ich gehe in den Checkpoint. Ja, das kann Ihnen nur einer kämpfen. Ja, das ist ja gut. Ich gehe in den Checkpoint. Leol, abspüren. Da vorne hin. Ach so, vielen, vielen Dank. Ja, denen lag. Okay, nice, good job. Nice. Okay, Einzelfonds, wunderbar. Das ist eine gute Menge, wir haben ja schon oft das gespielt gerade. Mach wieder M4 und Ding, ne? Also, merkt es euch vor, lasst mir bitte die Spaß, also ich bin da recht gut. Ich gehe jetzt mal auf das Kirchdach, Jungs, wieder M4. Also, ich glaube, was richtig gut ist, sind hier zwischen diesen Häusern und dann mit mir. Okay. So. Jawohl. Ja, ich verstecke mich hier auf so einem Hausdach, auf so einem Gammeligen, ja. So ein bisschen zusammenbleiben. So, ähm, ich stecke mich ganz gerne hinter diesen Gärten, weil die snipen auch mal. von weiter oben. Das ist aber schwierig zu beurteilen von wo die snipen, weil meistens werde ich dann so voll überrumpelt von dem Sniper. Ja. Wo die überhaupt kommen, ist die Frage jetzt, oder? Äh, duck dich, Leon, ja. Die Frage ist so, in welcher Ecke man sich hinsetzt. Wenn ich mich hier vorne so weit hinsetze, schießen die vom Kirchendach. Bin ich zu weit hinten, schießen die von Jefferson aus. Ja, wenn der Dach, wenn der... Da kommt jemand von, ey, Glen Park aus, ey, Jefferson. Jefferson, das ist hier, morgen. Ja, bei mir. Ist da einer? Die machen Drive-By mit der Scheiße, die die machen hier. In Deckung. Hier komm, du kannst draufschießen. Janik, Jan. Die sind hinter uns, ne? Die sind direkt hinter uns. Ah, da auch. Sechs Hits. Sechs Hits. Der eine ist über low. Da ist einer, da ist einer, da ist Ten. Okay, lass mich pushen. Komm mal, wir geht zurück. Auf dem Dach ist einer. Oh shit, der hat mir M4 gegeben. Da vorne, lass mal doch helfen. Ab einen. Er ist da auf dem Dach. Der Kirchendach hat drei Hits. Wir sind noch zu zweit. Der Kirchendach ist einer, links von uns ist einer und direkt am Checkpoint. Kirchendach hat drei Hits. Ah, da ist Ten, da ist Ten, da ist Ten. Scheiße, die gehen in den Checkpoint. Jungs, chill, 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 chill. Nein, 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 nein. Fuck, man. Riff it. Ich muss pushen, 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 pushen. Oh, shit. Jag die da raus. Ja wunderbar, perfekt. Nein, ich bin down, fuck. Krieg ich das auch down? Ich hab sie nur noch zu zweit. Ja, spielt auf Zeit, spielt auf Zeit. Spiel auf Zeit. Ich bin ja auch nur einer von denen. Snipe den Sent mit dem Checkpoint. Oder hast du was? Ja. Spiel auf Zeit, Spiel auf Zeit, Spiel auf Zeit. Weg da, weg da, weg da, weg da. Dieser Sent, der noch lebt, der hat wenig HP. Der hat nichts mehr. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich guck gerade, von wo der schießen könnte. Der einen steht in so einen Vorgarten drin. Ich glaub, der schießt vom Kircher aus der Richtung. Mal Leon. Fuck, wo könnten die pushen? Ich kann halt nicht... Einer push mich hier. Hinter dir. Na? Geht ihr dir? Nee, andere Richtung. Richtung Ballengleise, Übergang. Versprinde gerade zur Kirche. Jetzt ist er verschwunden. Ja, mehr HP ist hier, ne? Nice, nice. Spiel auf Zeit, Spiel auf Zeit. Der letzte hat auch noch 39 HP. Der letzte hat nur 39 HP. Der springt weg nach hinten Richtung Kirche. Der ist hinter der Kirche jetzt. Okay. Dann bleiben wir hier. Ja, ja. Ich sehe ihn, die fährt mit NRG. Äh, Richtung Osten. Seht ihr den noch? Haben wir eine neue Position in so einen Chef vorgehalten, ne? Wir dürfen nicht zusammen bleiben. Weil ab 30 Sekunden haben die keine Chance mehr. Ja, ab 30 Sekunden. Also, Spiel auf Zeit, Spiel auf Zeit. Ab 30 Sekunden. Ab 30 Sekunden haben die keine Chance mehr anzusehen. Ab 30 Sekunden können sie nicht mehr gewinnen. Renn einfach. Renn einfach weg. Renn weg. Renn weg. Wir dürfen nicht zusammenbleiben. Nein, von hinten. Du rennst die falsche Richtung. Renn in Richtung Checkpoint. Renn in Richtung Checkpoint. Ja, die können jetzt nicht mehr gewinnen. Wenn ihr jetzt überlebt, können sie nicht mehr gewinnen. Renn einfach irgendwo hin. Einfach irgendwo hin. Hauptsache weglaufen. Aber die haben doch schon Punkte überholt. Die haben doch schon theoretisch Punkte geholt, oder? Nee, ne. Die können... Du musst den quasi in einer Tour durchhalten, den Checkpoint, oder? Genau, genau. Ah, okay. Weil ich dachte, man kann quasi immer wieder Punkte einnehmen. Nee, das nicht. Guck, er siehst den. Einfach wegbleiben. Renn weg von ihm. Einfach von ihm wegrennen. Ja, okay. Erst bei Leon. Renn einfach weg. Renn einfach weg. Du hast auf 4 Sekunden. Ja, das ist safe. Junge, erst hast du... Bam! Junge, Runde 2 geholt. Junge, 548 haben wir jetzt einfach. Heftig, Alter. Ja, ich speichere besten ab, so. Ja, ich habe auch gespeichert schon. Die Rechnung nehme ich da. Ja, die gibt es 20.000. So, weiter. Gut. Ach, Fischgeräusche. Nö, hab ich gar nicht. Das ist, das ist diese Snipermette. Sind wir jetzt Defender oder Attacker? Ist die Frage. Attacker. Gut, da, da ist... Das ist nur ein Eingang, Jungs. Ja, genau. Da ist... Wir haben jetzt gerade geleckt bei dem Ausweilen. Das ist von der anderen Seite hinfahren, Jungs. Sie uns nicht treffen können. Von hinzukossen. Ich bin irgendwo auf so einem Dach gespawnt. Also ich hatte, ich glaube, die sind selben Fehler wie die gerade. Hm. Ja, das Spawn, Leon. Wie kann man nicht TPen? Äh, das ist ne gute Frage, weiß ich auch nicht. Wie TPt man sich? Kannst du gleich reinfallen von hier oben. Okay. Achso. Jan, sag, wenn ich kann. Ja, okay. Goto 10. Upsi. Ne, war mein. Oh, andersrum. Ja, mal halber Goto 0. Moment. Als am anderen. Ich fahr hier runter. Geh mal auf deine Position. So, und jetzt mach Goto zu mir. Okay. Ja, warte, ich nehm noch mit. Nehm ich noch mit. So, Anthony, snipe mal von gegenüber. Ja, die schießen diese Plane halt komplett mit M4 auf mich drauf. Ah, okay. Also ich fahr schnell hoch. Was hier? Vorsichtig Kobayashi, ne? Ja. Fack, ich bin low. Könnt ihr ecken, dann kann ich versuchen weiter zu snimen oder so. Naja, die ecken geht's von unten. Mach Bescheid wenn ihr da seid. Mach Bescheid wenn ihr da seid. Mach Bescheid wenn ihr fightet dann, kann ich es schießen. Ja, sind sie besaufen Kobayashi, zurück. Hinter uns! Was? alter voll die fixe so voll schlau von denen also nicht zusammen ging weil leon nicht so nach unten und seit nicht schon hoch überraschend tritt ja auch als hier recht rasiert von den scheiße das war ich habe richtig leck halter mit dem checkpoint das ist ja gut der ganze server hat gerade kurz gelegt ja der leon holt jetzt alle der lower peter eine tüppe hey ja oh da haben wir als händler sind verteidiger oh das ist gut ja es ist auch wiederum schlecht weil die sein können die können uns richtig wechseln haben da wollen wir diesmal mit erstmal verspielen hier ja ist euch überlassen weiß nicht also spaß ist auf jeden Fall richtig gut auf diese dächer müssen wir diese dächer sind krass nee ich glaube weil die snipen nämlich von den äh den ganz kannst du ja verstecken auf den dächer es gibt ja so zwischenräume bei den dächern genau hier sind so zwischenräume ja da können wir uns verstecken ja aber da bin ich wiederum der g ist auf da alles klar wo kommen die sie helikopter herfliegen autos kommen auch helikopter fliegt freu auf den irgendwie wenig da ein auto kommt äh handliebe rager ist okay ähm hedi landet auf dem parkhaus stand king bei mir und ein hedi ist ähm mit rein geh oben ist einer auf dem dach der ist ausgestiegen oder der ist ausgestiegen ja im östlichen dach ist einer er hat ein riflet er hat immer ein riflet ja ich hör wieder ein heli ich hab ein gebiet und ich geh auf die andere seite und fight den er ist down er ist down er ist down doch es bleibt einer rein jetzt ne die dürfen nicht mehr aus dem gegen hier rausgehen aber die sind auf den dächern rechts äh jan bei dir auf dem bach ist einer noll okay ach so die sind die sind bei uns auf den dächern oben ja ja ah ok das macht sinn ah ich sehe bei den helis einer der eine hat nichts mehr der hat sechs hits von riffle ok so spiel ein bisschen defensiv 2 gegen 4 krassen nachteil ne das ist echt krass im nachteil aber wir haben viel weniger ap aber wir chillen einfach chillen einfach chillen genau ich hab ihn ich hab dylan ich hab dylan und jetzt jetzt chillen jetzt ungefähr spielen einfach chillen einfach chillen einfach weg da weg da weg da weg da wer da hinten auch immer stehen wir müssen ja runter springen ne ja drei leute sind es noch das sind drei leute achso wir sind nur zwei scheiße fach fach von hinten leon nc du wirst von irgendwo von parkhaus wird gesnackt von parkhaus wirst du angeschossen dann geh wieder dort hin wo du grad warst genau hier da hinter die wand hier erstmal oh warte hier ist einer bei anthony ist einer da vorne da vorne genau da da vorne im slow pass auf parkhaus wald einer drauf oh scheiße lauf nicht hinterher ich keine ahnung probier auf zeit zu spielen ja ich geb mir Mühe das wird aber nichts von hier so nicht großartig weglaufen ja hier bist du safe für sniper oder den gängern das ist gut das ist gut auf der snipe teils flieger von parkhaus wo ist elie wo ist elie kommt ja rein der sniper kommt jetzt gerade runter eine minute noch ja ok ich sehe ungefähr wo der ist checkpoint ok ich hab kingland oh fuck also bleib wieder defensiv da wo du grad warst hier so ja ja ich sehe einen wenn du den point erhält wenn du 15 sekunden ist dann haben wir gewonnen also dann Zeit weg wenn die jetzt nicht reingehen ja ja er ist im checkpoint ich bin kurz rauszulocken fuck der steht da richtig gut ja kannst du ihn nicht treffen ne ne muss narka fahren nein nein fuck ah shit hätte aber ich musste aber pushen ja ist so ja ist eigentlich eh AK sinnvoll ne ne ist an allem schlechter als M4 ne ja eigentlich schon ja im kern ist blöd aber da kann ja nur einer M4 nehmen das ist halt die kacke achso so ja sparsweifel ähm jetzt wir fahren erstmal auf die Straße da sammeln wir uns ich bin schon wieder bei der On-Base gespawnt alter alter als ich mir eine AG geholt habe hm warte mal wie kannst du jemanden her tp'n Leon mach nochmal hat er eine ID geht 4 oder ID 0 und ich sehe es ich muss V-loggen ich sehe wieder keinen ja ok okay so ist wieder alles klar wenn ich spawn und Waffen habe dann ja Warte, dann geh ich jetzt auf den Leon Machst du einen Place für dich für deine Sniper? Kannst du mal hier außen reinschießen? Ja, warte, ich sag dir gleich Okay Weißt du mal hier links? Also, ja Hier irgendwo? Passt schon Okay Fahr auf der Straße, damit ich dich runter backe Warte ich bereit? Ja Fahr nicht auf den Dächern Hier oben Hier oben links Ah, warte, da vorne rechts, vorne rechts hier ist einer Jetzt fahr weg, fahr weg, fahr weg Fahr wieder weg, fahr wieder weg, fahr wieder weg Wunderbar, der hat halbe Leben verloren Perfekt, das war perfekt, der hat schon Hälfte Leben verloren Genau so muss es die ganze Zeit laufen, einfach hin und her fahren und die dann so langsam holen Ich hab oben auf dem Dach, hab ich noch irgendeinen gesehen Okay, wir müssen jetzt bei drei Minuten langsam in die Potten kommen Die sind da oben auf dem Dach Da sind vier Stück, sorry, auf dem Dach gesehen Einer hat nochmal double das Sniper Komm hier hoch? Ja, komm das hier hoch Ja, komm das hier hoch Hier oben direkt auf, bei uns ist einer Ja, was ist King denn? Komm mal, äh, noch einer Sniper jetzt Hä? Pass auf, pass auf, die sprayen jetzt Ist runter gesprungen zu euch Neu Ich hab hier zwei jetzt gegeben Gegenüber unten Der eine der da unten fightet, da ist ein Gegner Bei mir Okay, jetzt müssen wir langsam raschen Alter, der hat nichts mehr, der hat nichts mehr Der hat sechs AP, zehn AP, weiß nicht Drei haben Riffle, einer äh, Schenhard Low, der andere hat drei Riffle Shots Über dir Leon ist einer auf dem Dach Über dir Leon ist einer auf dem Dach Ja, das ist gar nicht häng gewesen Nein, shit Ja, woher ist er slow? Ja, rush in, rush in, rush in, der ist low Untergefallen Die haben alle zusammen nur 63 HP, ne? Das sind vier Leute mit 63 HP Lass mich nur nicht von denen jetzt tot sprayen oder so Was die haben müssen Gegenüber, gegenüber, Anthony Rechts, rechts von dir Auf dem Dach Anthony, geweckt da Geh in Deckung Ja, das ist echt kacke, man Das ist ja jetzt so bitter Ja, der Leon von da oben Ja, gib ihm Backup, genau Gib ihm Backup Die haben insgesamt Die haben insgesamt nur 63 HP Oh fuck Gib ihm, gib ihm Nice Genau, genau Jetzt da unten ist einer, unten ist einer Weil Leon ist einer Nice, sehr gut Jawohl Der letzte oben, letzte oben, letzte oben auf dem Dach Na lass ihn schießen Wir hören halt unten auch einfach weg Nice Wunderbar Jawohl Perfekt, Alter 4 Batchpoint Batchpoint Na dann, was haben wir? Jetty Lounge ist die 9 So Ocean Docks ist 3 3 ist immer richtig cool Jungs, konzentrieren Wenn wir gewinnen, Alter Sehen wir die Gewinner des internen Oh nice Verteidiger Wobei das Ja Das klingt irgendwie scheiße aus Die Karte Aber es sieht auch nach keiner guten Sniper Map aus Tatsächlich Also Sniper würde ich nicht nehmen Ja, auch für die Attacker meine ich Ich glaub man kann sich diesen Gebäuden hier sehr gut verstecken Von Seiten Wobei, wenn die dann da beim Checkpoint sind Das ist halt Ich glaub das sinnvollste wäre für die Attacker, wenn was einfach zum Checkpoint geht Wo kommen denn die Attacker, wisst ihr das? Ne Das glaub ich keine Ahnung, ich hab die Map echt nicht gespielt Hab ich auch nie gespielt, ne Die Augen offen Dann lass mich hier bei den Häusern Das glaub ich echt gut Oder hier so hinter den Häusern oder so Ihr sollt aber vielleicht zusammenbleiben Bei den Häusern zusammenbleiben, ja Genau Versteckt euch mal den Häusern Vielleicht nicht unbedingt aufs Dach Ja, ich bin hier schon runter Und äh Callt mal wenn ihr Heli habt Euch höre ein Heli? Der ist aufgrund von rechts Ja Sofort draufsprayen Sofort draufsprayen Der hat mich schockt dann noch Er lebt Ja, die landen auf dem Dingfeld Zwei Helis Eine ist rausgesprungen aus dem Heli Die landen direkt gegenüber von der Train Station Ähm, versteckt euch Noch ein Heli da Ihr könnt von hier aus dann auf den Checkpoint springen Da ist oben auf dem Dach Ja, auf der linken Seite Ja Upsi Push mal nicht so nah ran Pass auf hinten Hinter uns, hinter uns, hinter uns Ja Wie es aussieht sind die hinter uns Oh nein, da ist einer auf dem LCM Dach Fuck Ach, wo seid ihr? Seid ihr gepusht Dann Das meint ihr hinter euch Ich werde gepusht, deswegen pushe ich zurück Hier, Anthony Komm mal ein bisschen ran Einer ist gelandet Bei uns auf dem Dach Ja, hab's gesehen Wolltest du den feilen oder willst du runter hier kommen? Hey, warte Ich würde nicht unbedingt feilen Da bist du Lloydлюld DIY hell von wo von wo von wo von wo Sorry es war ich gerade der Recame Überwecken nee ich habe auch von der Spass Auf dem Dach Hä von wo links anthony Ah der is off dem dach Jetzt hab ich jetzt gecheckt Einer is unten auf der südlichen Seite bei mir bei mir bei mir nein ich habe mit der stadt ich habe der spaß gefressen aber gut der mensch verteilt versteckt euch da auf das leute geht euch in 2 er ist denn ihr müsst unbedingt los werden weil es wieder so viel mit low hp das ist frustrierend das ist so bitter wir haben nichts mehr jungs es ist so bitter es ist echt bitter okay ja ist jetzt so entschieden worden machen wir einfach mal 22 gut mensch point leute also wir können von oben rutschen jungs und nicht uns erst hoch kämpfen wir gleich auf dem dach landen können sie es nicht gleich abschießen wir hinfahren also alle hoch fliegen man kann den motor nicht ausmachen vom heli das war nur fliegen alle hohe ich glaube es gibt der maximale anteil an mavericks aber ich kann mich jetzt nicht gibt es nicht geht nicht alle also lieber verteilen in mehrere ist glaube ich besser in einer feld flug bis zum dach und rutschen wir gleich von da aus wo wir ja beklettern ist mir von unten hoch kämpfen sondern die voll den vorteil scheiß auch angespäht ich hätte schon angespäht alter was nicht gerammt die sind auch alle oben nein das ist nur ein das ist nur eine das ist nur eine die kümmer jetzt die sind alle beim aufgang das eine ich habe kein leben mehr ich habe ich habe zwei hits jemanden gegeben so ich bin dran gepusht an die ich bin es auch auf dem selben dach wäre gut wenn noch einer da hinkommen könnte ja ich bin auch tot alter ihr müsst auch keine panik kriegen wir haben noch drei minuten lol lol nein wir haben verloren scheiße oh nein ist das bitter naja naja auf geht